Er hat gesprochen und er sagt, wir müssen etwas mehr als so schwedisch machen, weil wir sind Schweden, okay, so ich spiele jetzt einen mittelalterischen Schweden, du schwedischen Dudelsack, willt ihr das hören? Es kriegt 29 Minuten, aber es fühlt viel lang, viel länger. Klappe! Werden Sie klappen 29 Minuten? Also ich spiele ein mehr als Dresdner Dix... Jetzt spiele ich Dixieland am Dudelsack, okay? Was hat das? Wenn es euch den Tождения bedótelt, sagt sie immer wieder, wem da sie schweige Stiger! Was hat das? Was hat das? Was hat das? Ich bin ein bisschen. Was hat das? Man, was hat das? Was hat das? Wo es ist, viele Leute, ihr habt die Melodie und das ist Schweden Steiger! So muss ich die Brand präsentieren. Meine Brüder, Max und Ulf. Meine Stüchter, Gerd. Meine Nichte, Nana, Collie. Jetzt zu uns, bei Hermann Collie. Meine Freundin, Jimmy Markiewicz und Hohdan Persson, zu Pursauna und Sackle. Meine Mutter, Bernth Jörg. Und ich bin Dünnie Collie und jetzt spielen wir das Swedish-Dankjörg. Ich bin Dünnie Collie. Ich bin Dünnie Collie. Wegen Dünnie Collie. Musik 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.